Was geht da Freunde? Misha hier. Und ich habe einen Kommentar vor kurzer Zeit bekommen, der mir ja auf einer Seite, habe ich mich drüber gefreut, auf der anderen Seite hat er mich irgendwie auch ziemlich traurig gemacht und hat mich zum Nachdenken gebracht. Das Mädel will Medizin studieren und die hat mir geschrieben, Misha, ich musste jetzt die ganze Zeit weinen, und weil ich Medizin studieren will, ich lag die ganze Zeit nach da und mir ging es so schlecht und mir, ja, ich will Medizin studieren, aber ich muss noch so lange warten, ich muss so viele Wartesemester sammeln und dann komme ich immer wieder zu deinen Videos zurück und du motivierst mich weiterzumachen und du motivierst mich, dass ich das schaffe. Und natürlich kenne ich die Geschichte von ihr jetzt nicht, wenn du jetzt das Video auch selbst siehst, ich kenne deine Geschichte nicht genau und ich weiß nicht, was du für Probleme hast und wieso du jetzt unbedingt warten willst, aber ich sage euch Leute eins, verschwendet nicht eure Lebenszeit. Verschwendet nicht eure Lebenszeit, indem ihr da sitzt und weint und euch selbst bemitleidet und euch die ganze Zeit nur denkt, ach scheiße, ich würde gerne das machen, aber ich kann es nicht machen, ich muss jetzt noch so lange warten und ich muss dies und ich muss das. Leute, ihr müsst nichts in dem Sinne und es gibt viele, viele Wege, die euch zu eurem Ziel bringen können. Und ich will dich jetzt gar nicht direkt ansprechen, sondern das Video ist wirklich jetzt allgemein gehalten, so dass ich einfach die Leute anspreche, die wirklich vielleicht die Möglichkeit haben, was zu ändern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist einfach so, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt Medizin studieren will, dann gibt es viele Wege, ihr müsst nicht unbedingt warten. Und das würde ich, ich persönlich, ich habe das euch schon mal gesagt, mich haben sehr viele Leute mal gefragt, Misha, hast du denn gewartet oder würdest du empfehlen, einfach zu warten oder was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht den Schnitt hast? Leute, ich würde alles tun, um nicht 5 Jahre oder 6 Jahre meines Lebens, denn die Wartezeit ist jetzt so lange zur Zeit, wenn man nicht einen NC schafft. Ich würde alles dran setzen, um zu verhindern, dass ich mein Leben 5 oder 6 Jahre lang aus dem Fenster schmeiße und mit irgendwelchen Tätigkeiten verbringe, auf die ich keinen Bock habe und dann so traurig bin, dass ich dann nachts weinen muss und mich einfach nur scheiße fühle. Und das gibt wirklich viele Möglichkeiten. Bei Medizin ist es zum Beispiel, ihr könnt im Ausland studieren, da gibt es so krass viele Möglichkeiten. Ihr könnt nach Österreich gehen, ich könnt nach Litauen gehen, ihr könnt nach Polen gehen, ich könnt nach Ungarn gehen und ich weiß, da kommen dann immer irgendwelche Ausreden von Ja, Misha, aber ich habe kein Geld, ich kann kein Englisch, wie soll ich denn das finanzieren, wie soll ich denn so gut Englisch lernen. Leute, es sind Ausreden. Wenn ihr wirklich ein Ziel habt, dann findet ihr einen Weg. Glaubt mir, ihr findet einen Weg, ihr müsst nur euren Arsch von der Couch erheben und dann machen. Ihr müsst dann hergehen und sagen, ja, okay, ich probiere das jetzt aus. Ich werde für den Test in Österreich mich bewerben und ich werde darauf lernen, ich werde mich darauf vorbereiten. Es ist schwer, es ist verdammt schwer, da reinzukommen, aber ich kenne Leute, die es geschafft haben. Auf der anderen Seite könnt ihr sagen, ich versuche es in Ungarn, es kostet zwar 6.500 Euro, glaube ich, im Semester oder im Jahr, weiß ich nicht genau, aber ich treibe das Geld auf, nehme ich zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, den werde ich danach locker zurückbezahlen können. Oder ich gehe jetzt arbeiten, ich haue richtig rein und erarbeite mir einiges an Kohle und kann mir davon das Studium finanzieren in der Zeit, für die paar Semester, bevor ich dann wieder nach Deutschland wechseln kann. Und das könnt ihr mit allem, in Deutschland gibt es diesen TMS-Test zum Beispiel, da könnt ihr mit diesem TMS-Test eure Note aufbessern. Ja, dann muss man sich hinsetzen und richtig reinballern, dass man es schafft. Und ich kenne Leute, die wirklich hingegangen sind, über 90% den Test rausgehauen haben, weil die gesagt haben, hey, ich will es wirklich, ich will es wirklich schaffen und haben gesagt, ich will nicht meine Zeit damit verschwenden, dass ich dann irgendwie eine Ausbildung machen muss zwischendrin, auf die ich keinen Bock habe, die mich nicht interessiert und die mir im Endeffekt nichts bringt. Und Leute, ganz ehrlich, ich spreche da aus Erfahrung, bei mir war das so, ich stand in der 10. Klasse, also bevor ich in die Oberstufe kam, auf einem Durchschnitt von fast 3,0 irgendwas, 2,9 oder sowas, also ich war ziemlich schlecht, also es hätte niemals gereicht, um es zu schaffen, Medizin zu studieren zum Beispiel. Und ich habe alles drangesetzt, weil ich gemerkt habe, ich will Arzt werden, ich habe alles drangesetzt, um es zu schaffen und ich habe super viel gelernt, ich habe alles getan, ich habe Referate gehalten, ich bin zu Lehrern hin, habe gesagt, darf ich dieses Referat halten, um meine Note aufzubessern, ich habe mich super viel beteiligt, ich habe Zeitungen gelesen, um zum Beispiel in Sozialkunde immer auf dem neuesten Stand zu sein und dann halt mich melden zu können und irgendwelche Themen einzubringen. Und mir war egal, dass die Leute mich gehasst haben. Meine Mitschüler haben mich gehasst dafür, dass ich mich engagiert habe, weil das ist einfach, ja, man wird es einfach schief angeschaut. Und ich bin nicht weggegangen zum Beispiel die ganze Zeit, sondern ich habe versucht, die meiste Zeit ins Lernen zu investieren, in Sport, sodass es mir gut geht. Ich habe versucht, mir die perfekten Bedingungen zu schaffen, sodass ich es schaffe, meine Note zu verbessern. Und wisst ihr was? Im ersten Halbjahr schon, im ersten Halbjahr in der Oberstufe, stand ich auf einem Durchschnitt von 1,1. Ich habe alles dran gesetzt, dass ich richtig gut wäre. Und nur so habe ich es geschafft. Und ganz ehrlich, hätte ich den Durchschnitt nicht gepackt, wäre ich nicht so gut gewesen, wie ich es mir erhofft habe. Und ich bin mit 1,4, das wurde nämlich oft gefragt, ich habe einen Durchschnitt von 1,4 gehabt. Dann hätte ich auf keinen Fall gesagt, jetzt werde ich sechs Jahre warten und damit irgendwas zubringen, irgendwas zu dingsen und nichts zu machen und dann traurig zu sein die ganze Zeit. Sondern ich hätte alles dran gesetzt, um es möglichst schnell, spätestens in einem Jahr, in diesem Studiengang zu sein und das zu tun, was ich will. Und das könnt ihr auf jeden Bereich eures Lebens anwenden. Und ihr könnt immer einen Weg finden, um eure Ziele zu verwirklichen. Ihr müsst nur wirklich aufstehen und tun und machen und nicht euch überlegen, aber wenn das passiert, was mache ich denn dann? Aber das geht doch nicht. Und Leute, es geht alles. Theoretisch geht fast alles. Ihr könnt euch das Geld erarbeiten, ihr könnt einen Kredit aufnehmen, ihr seid erwachsende Menschen in der Regel, wenn ihr von der Schule kommt, in Deutschland zumindest mal. Es gibt viele Möglichkeiten. Schaut zu, dass euer Ziel anvisiert. Schaut zu, dass eure Zeit nicht damit verschwendet, im Bett zu liegen, rumzuholen und euch hängen zu lassen. Insgesamt lasst euch nicht hängen. Verbringt doch nicht euer Leben mit irgendwas, worauf ihr keinen Bock habt. Wo ihr dann denkt, ja, das war eine verschwendete Zeit. Sondern schaut zu, dass ihr möglichst schnell zu dem kommt, was ihr machen wollt und, ähm, ja, das war es eigentlich dazu, Leute. Ich hoffe, ich will nicht, dass du dich angegriffen fühlst. Das war nicht persönlich an dich gerichtet, sondern wirklich an alle meine Zuschauer. Aber vielleicht wird es auch dir ein bisschen helfen, dass du sagst, hey, vielleicht kann ich noch was rausholen. Vielleicht kann ich mich noch irgendwie im Ausland bewerben. Vielleicht bin ich bereit, etwas zu tun, um nochmal schneller ins Studium zu kommen. Und das war es, Leute, zu diesem Video. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.